Die Fragen sind immer sehr wichtig, sind sehr wesentlich. Sie haben gesagt, dass Sie uns das näher erläutern würden, wie Sie die Meditationen mit Ihnen gemacht haben. Könnten Sie das jetzt machen? Das erste ist, sich vorzubereiten, denn wir sind meistens besorgt über alles, was um uns herum passiert. Also kommen wir wieder zurück zum Zentrum. Manchmal machen wir, was wir in der Psychosynthese die Desidentifikation machen. Das heißt, wir schaffen Abstand zu allem, was in uns und um uns herum passiert. Und kommen zum Wesentlichen zurück. Und dort machen wir Stille. Wir gehen sozusagen in den Tempel der Stille. Denn was immer zu uns kommt, ist jenseits der Rationalität. Manchmal haben wir über bestimmte Themen reflektiert. An einem Punkt hat er vorgeschlagen, dass ich auf Geduld meditiere. Weil ich immer ungeduldig war. Und er fragte, warum bist du so ungeduldig? ungeduldig. Wir sind ja in der Ewigkeit. And his idea was that patience is a way to see eternity, the timelessness. Für ihn war Geduld, eine Möglichkeit die Ewigkeit zu sehen. Und der letzte Teil war immer der Segen. Gute Vibrationen, gute Qualitäten an die Menschheit auszustrahlen. Manchmal pflegten wir auch eine esoterische Meditation zu machen. Asse Jolie interessierte sich für die Esoterik von Alice Bailey. Und manchmal machten wir das. Aber er hat immer klargemacht, dass das etwas anderes war als die Psychosynthese. Das war seine Religion. Und die zwei nicht zu vermischen. Es sei denn, dass man mit beiden vertraut ist. Also im Grunde ist das, was er gemacht hat. Und der Grund, warum er vorschlug, dass ich über die Freude meditieren sollte, weil er sah, dass ich sehr emotional war. sehr stark in meinen Gefühlen. Und er sagte mir, du wirst immer emotional bleiben. Aber du kannst lernen, wie du nicht von deinen Gefühlen dominiert wirst. Und das war für mich wichtig, weil ich kam von einem Ort, also Kalifornien, und das, was dort passierte. Wo alle sagten, du musst deine Gefühle folgen, Mann. Und ich musste mich damit auseinandersetzen. Das ist auch wahr in irgendeinem Kontext. Aber schlussendlich, das, was zählt, ist das Zentrum. Das Selbst. Und wenn man sehr emotional ist, kann man sehr glücklich sein, und auch sehr unglücklich sein. Aber du erlebst nicht wirklich Freude, das ist etwas ganz anderes. Und deshalb schlug er mir vor, dass ich auf die Freude meditiere. Also, was noch? Wie unterscheidet sich Freude von Glücklichsein? Wie unterscheidet sich Freude von Glücklichsein? Wie unterscheidet sich Freude von Glücklichsein? Ich denke, wir können auch unterschiedliche Fälle machen. Eine ist Freude, das ist meistens physische Freude. Freude, 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 Freude ist meistens körperliches Freude. Und Freude ist, wenn etwas Gutes dir passiert. Und Glücklichsein ist, wenn etwas Gutes dir passiert. Plötzlich verdienst du viel mehr Geld. Oder du lernst jemanden kennen, mit dem du es sehr gut kannst. Oder deine Arbeit wird anerkannt. Oder du hast einen tollen Urlaub. Aber wenn die Dinge nicht so gut laufen, dann bist du nicht mehr glücklich. Freude, von dem was ich verstehen kann, ist viel mehr unabhängig von dem, was gerade passiert. Es ist eine innere Freude und es hat mit der Zeitlosigkeit zu tun. Es ist wahrscheinlich subtiler. Es hat offensichtlich mehr mit dem Geist zu tun. Da ist die Freude von Schönheit zum Beispiel. Die Freude des Verstehens. Die Freude des Verstehens. Die Freude des Verstehens. Wenn man einen Geistesblitz bekommt. Oder die Freude, anderen zu dienen. Das kann man vielleicht sagen. Aber ich werde auch glücklich. Das ist großartig. Aber nur Glücklichsein ist natürlich gefährlich, weil dann kann man auch unglücklich sein. Manche Leute sprechen von Freude, wenn sie von Glücklichsein sprechen. Zum Beispiel der Dalai Lama. Er hat offensichtlich viel Freude, auch wenn er ein schwieriges Leben gehabt hat. Asajjoli auch hatte ein schwieriges Leben. Er hat seinen Sohn verloren. Er wurde verfolgt. Er wurde nicht anerkannt. Aber ich denke, dass seine Freude nicht nur eine Kompensierung war. Manche Leute sagen, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Aber bei ihm war das nicht so. Es war echte Freude. Und dann sagen, wenn die nächste Stufe dazu ist, I don't know the attitude. Thank you. Ist das Glückseligkeit? Aber darüber weiß ich noch weniger. Ich habe Ihre Frage nicht komplett beantwortet, aber das ist so weit, wie ich gehen kann. Ich bin sehr interessiert an der spirituellen Arbeit von Asajjoli. Und ich frage mich, in welchen Büchern man darüber lesen kann. Und ich habe selbst ein Buch von Jack Kornfeld oder irgendwie sowas. Ich habe auch Bücher von Kornfeld. Ja, buddhistische Techniken von früher. Also ganz alte. Und da war der Beobachter. Und ich habe gedacht, wer ist der Observer? Vielleicht inspiriert auch daran. Und ich frage mich, ob er auch inspiriert wurde. Ob Asajjoli davon inspiriert wurde. Von den buddhistischen alten Techniken. Oder ob er inspiriert wurde von den alten buddhistischen Techniken. Techniken. Es ist nur ein Guessing. Ja, sie ist nur ein Guessing. So you can find it in Buddhism. Man findet es in Buddhism. And in the great Hindu tradition. In den großartigen Hindu traditionen. And you can find it in Plotinus. Man findet es auch in Plotinus. And Plato. In Platon. You can find it in many different places. Man findet es vielerorts. Ich weiß nicht, ob er insbesondere von Buddhism inspiriert wurde. Aber er sagte, dass Indien in seinem Herzen war. And there aren't that many writings of Asajjoli. But you can find two or three books in English. Es gibt nicht so viele Schriften von Asajjoli. Aber es gibt zwei oder drei Bücher auf Englisch. Also in German, I think. Auch auf Deutsch, denke ich. Und es gibt auch kürzere Schriften, die man in der Psycho, in dem Institut in Italien. Und zum Beispiel Artikel über die Symbole des Transpersonale. Which is one of his last articles. Welcher einer seiner letzten Artikel ist. Und seine Archiven von seinen ganzen Notizen sind online. Man kann sie im Netz finden. Und manche seiner Schüler haben auch über seine Ideen geschrieben. Nicht nur ich, sondern mehrere meiner Kollegen. Sowohl auf Englisch wie auch auf Italienisch. Also wenn Sie hier und da suchen, werden Sie einiges finden. Ich würde dazu gerne ergänzen, dass der Gerhard Schöbel, der das EON-Institut in der Schweiz, in Basel hat, ganz viele von den kleineren Artikeln in der Schweiz besetzt. Er hat viele Artikel in der Schweiz übersetzt. Ja. Also Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass die Entwicklung des Geistes oder der Weg der Spiritualität, über den klassischen Weg, wie man ihn kennt, über Mönchsein, Isolation und Eremit geht. Wenn ich persönlich war sehr erleichtert, dass der andere Weg auch zu funktionieren scheint. Und dann haben Sie auch davon gesprochen, dass es noch einen anderen Weg gibt. Der Weg über Kontakt, Beziehung, Schönheit. Der Weg über Kontakt und Schönheit. Und das fände ich persönlich sehr interessant und erleichternd auch ein Stück weit. Und das fand ich persönlich sehr interessant und erleichternd auch ein Stück weit. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil da ja auch die Gefahr liegen kann. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil da ja auch die Gefahr liegen kann. Genau im Gegenteil zu den anderen, dass man sich da verliert und in Kontakten so... In that you can lose yourself and in Kontakten... Genau diesen Vergnügen-Aspekt überbetont und sich da genau verliert. This pleasure-aspect can be overemphasized and that you then lose yourself. Yes, well, Asajjoli was wanting to write a book about seven or more ways to the self. Also Asajjoli wollte ein Buch schreiben über sieben oder mehr Wege zum Selbst. So not just two, but seven. Also nicht nur zwei, sondern sieben. Also nicht acht oder neun. Aber er starb, bevor er es tat. Aber dann habe ich es geschrieben. Nicht auf die Art und Weise, wie er es geschrieben hätte, aber ich habe es versucht. Und es wird in Deutsch übersetzt. Das heißt, das unermessliche Reichtum. Und man dachte, es sei ein Buch über die Wirtschaft und dass man so reich werden kann. Und in der zweiten Edition fügten sie unermessliche Reichtum des Herzens. Also der Weg des Tanzes, des Rituals. Der Weg der Meditation. Der Weg der Meditation. Der Weg der Wissenschaft. Der Weg des Willens. Der Weg der Handlung. Der Weg der Handlung. Es gibt verschiedene Wege, weil wir ja alle anders sind. Wenn man ins Wartezimmer kam. In Asajjoli's Haus. In Asajjolis Haus. Es gab ein schönes Sofa. Und auf dem Sofa war ein Schriftzug von der Bhagavad Gita. So wie man zu mir kommt, so empfange ich sie. Das kann gelesen werden, jeden zu akzeptieren, auf die Art und Weise, wie sie kommen. Aber in der Bhagavad Gita ist es Krishna, der das sagt. Und Krishna ist das Selbst. Und das Selbst akzeptiert und empfängt Menschen in der Art, wie sie zu ihm kommen. Manche finden das Selbst durch die Stille und Meditation. Und manche finden das Selbst im Tanz. Und manche finden das Selbst in der Betreuung von bedürftigen Menschen. Und so weiter. Und alles, was machtvoll ist, ist auch gefährlich. Sonst wäre es auch nicht machtvoll. Der Weg der Schönheit ist, wie sie auch sagten, das Risiko, dass man vom Weg abkommt. Dass man verloren geht in so vielen schönen Dingen. Und auch verhaftet sein, an ihnen verhaftet ist. Und nicht vorwärts gehen. Aber viele Wege haben auch Gefahren. Zum Beispiel, der Weg der Meditation kann dich zu sehr entfernen von den Menschen. Dass man sich um die Welt immer weniger kümmert. Und die Meditation wird zu einem Refugium. um sich selbst zu schützen. Und der Weg des Rituals hat die Gefahr, dass es mechanisch wird ohne Seele. Und der Weg der Hingabe kann dich zu einem Fanatiker umwandeln, der die ganze Welt konvertieren will. Also, jeder Weg hat Gefahren. Es gibt keinen sicheren Weg. Man muss auf Risiken gehen. Danke sehr. Also, was noch? Nein. Welchen Einfluss hat sein Theosophischer Hintergrund auf die Psychosynthese? Welchen Einfluss hat sein Theosophischer Hintergrund auf die Psychosynthese? Nun, Asajoli wurde beeinflusst, beziehungsweise inspiriert durch viele verschiedene Dinge. Und Theosophie war ganz gewiss einer dieser Dinge. Und als er gefragt wurde, was ist der Ausgangspunkt der Psychosynthese? Und dann hat er gesagt, es ist die Psychoanalyse und dann entwickelte er das weiter. Wie ich sagte, große Künstler wie Goethe, Wagner oder Dante beeinflussten ihn. Und als er Philosoph und Psychiater war, dann ging er durch zwei große Revolutionen in der Psychologie. In der ersten Person. Eine war die Psychoanalytische Revolution. Eine war die Psychoanalytische Revolution. Und Freud sah ihn als sein Vertreter in Italien. Und viele Jahre später, viele Jahre später, nahm er teil an der humanistische Transpersonale Revolution. Heutzutage wäre er sicherlich an die neuen Wissenschaften sehr interessiert. Also es ist wahr, dass die Theosophie seine persönliche Religion war. Und es offensichtlich inspirierte ihn. Er gab dieses Beispiel, stellen Sie sich einen Chirurg vor. Und er ist katholisch. Wenn er ein Chirurg ist, ist er nur ein Chirurg. Es ist wichtig, das zu sagen, denn manche Leute tun die beiden zusammen. Und sie sagen, dass die Psychosynthese eine Version für die Armen. Aber das würde weder der Theosophie noch der Psychosynthese gerecht werden. Zu dem Zeitpunkt war die Theosophie ein Beispiel dafür, dass man offenen Geistes war. Und dass man Interesse hatte sowohl für das Östliche, Fernöstliche wie auch für das Westliche. Zum Beispiel Montessori war auch Theosophie. Und später wurden einige Theosophen lachhaft. Sie fingen an zu erzählen, wie viele Leben sie hatten. Und ich bin weiter als du. Und so ein Zeugs. Und das gehört nicht zu der Theosophie und noch weniger zu der Psychosynthese. Sie haben vorhin gesagt, dass die Theosophie nicht vermischt werden sollte mit Psychosynthese. Wahrscheinlich, weil er Angst hatte, das wird nicht akzeptiert dann. Nein, weil es ein Spiel ist mit unterschiedlichen Regeln. Aber wenn du beide gleichzeitig spielst, ist das ein Durcheinander. In der Theosophie, wie auch jeder Religion oder esoterische Strömung, wird von einem verlangt, dass man etwas durch Glaube akzeptiert. Zum Beispiel die Existenz von Meistern. Oder Astrologie. Oder Reincarnation. Oder Wiedergeburt. Auf der anderen Seite ist die Psychosynthese doktrinal neutral. Es ist basiert auf etwas, was jeder annehmen kann. Die Theosophie geht von dem universellen zum individuellen. Die Psychosynthese ist existenziell. Es beginnt mit dem Individuum, mit deiner Erfahrung. Welches einzigartig ist. Und von diesem Ausgangspunkt versuchen wir, dem einen Sinn zu geben. Es sind verschiedene Spiele, verschiedene Sprachen, verschiedene Wellenlängen. Aber wenn ich jetzt Psychosynthese unterrichte, oder Klienten habe, kann ich nicht frei sein zu sagen, ich möchte, mehr Meditationen hereinnehmen, oder Yoga, weil ich finde, das macht es sehr gut zu verstehen. Weil ich denke, das macht es sehr gut zu verstehen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich in diesem Land, in diesem Land gibt es ganz ähnliche Regeln wie in Italien. In Italien, wenn man Psychotherapie macht, muss man neutral sein. Und keine religiösen Begriffe oder Konzepte einführen. Wir bringen den Klienten nicht in unsere Kosmologie. Wir treten in seine Kosmologie ein. Wir passen uns seiner Philosophie an. Es kann sein, dass diese Person sich schon für diese bestimmte Meditation interessiert. Aber der Codex für Psychotherapie ist, um neutral zu sein. Ich denke, da war eine Frage von Berlin. Ich weiß nicht, hatte Asajoli Kinder oder Enkel? Ich würde gerne wissen, ob Sie vielleicht mit Kindern erinnern, die er mit denen umgebracht hat. So, did Asajoli have children or grandchildren? Would like to know whether, how he was with his children? Well, he had one son who died in his thirties. It was a big pain and He has even written a book called, I think it's a book of quotations. It is a book of quotations titled D'Alle Dolores a la pace D'Alle Dolores a la pace Oh sorry, from suffering to peace Von Leiden zu Frieden. Und es war natürlich ein großer Schmerz für sowohl ihn wie auch für seine Frau. Von dem, was ich verstehe oder mitbekommen habe, war die Beziehung sehr gut und auch sehr leicht. Von dem wenig, was ich weiß, er hatte keine Konflikte. Aber er war sehr zerbrechlich. Weil die Faschisten ihn suchten, also musste er sich in den Wald retten. Und er musste sich verstecken und draußen schlafen mit seinem Sohn. Und dadurch bekam er Knochen-Tuberkulose. Und viel später starb er. Also war es nicht leicht. Masajoli sprach ungern über sein persönliches Leben. Obwohl am Ende seines Lebens entschloss er sich eine Autobiografie zu machen. Und ein Mann, ein Arzt aus Amerika kam. Und sie machten ein Interview mit ihm. Und Asajoli begann über sich zu erzählen. Und ein paar Dinge, die keiner wusste. Aber sie wurden aufgezeichnet. Und dann starb er. Und dann auch der Mensch, der diese Autobiografie geschrieben hat, starb. Und das war sehr, 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 sehr. Und viele, sehr, 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 sehr Jahre später. So, dass viele, sehr, sehr, sehr Jahre später. Die Söhne der Autobiografie fragten mich, dieses herauszubringen. Und das ist in den Arbeiten. Es ist noch nicht fertig, aber fast. Und es ist ziemlich interessant. Es wird auf Englisch und auf Deutsch ausgegeben. Italienisch, sorry. Ich habe herausgefunden, dass Assajoli 1909 in Russland war. Als der erste Minister Stolopin assassiniert wurde. Und er war ein Freund des Mannes, der Stolopin erschossen hat. Eigentlich ein Freund der Schwester des Mannes. Und kurz danach kam er nach Italien zurück. Aber es gibt viele Details und vielleicht möchten Sie das lesen, wenn es Sie interessiert. Und ich verstehe so, dass die jüdische Religion er nicht ausgeübt hat. Ist das richtig? Also er war dem jüdischen Glauben sehr nah. Und offensichtlich spürte er sein Judentum. Er hatte einen ganz anderen Stamm von Arbeit. Und er nannte sich das progressive Judentum. Er war der erste, der sagte, dass ein Rabbiner sowohl Mann wie auch Frau sein kann. Nicht nur Männer. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über dieses Werk. Er hat das sehr getrennt gehalten. Aber das war ihm auch wichtig. Obwohl er sehr universell war. Er konnte viele Sprachen sprechen, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber ich konnte sein Judentum verstehen, als ich später Martin Buber lasse. Und die Geschichte der Hasidim. Und die Wichtigkeit, die sie der Beziehung verliehen. Bezüglich der Du-und-Sie-Beziehung. Dass der Geist da ist, wenn wir kommunizieren. Dass der Geist da ist, wenn wir kommunizieren. Wenn ich dich sehe für das, was du bist. Und das war definitiv präsent. Das war also ganz bestimmt präsent. Manche Leute sagen, dass sie den Kabbalah in der Psychosynthese sehen können. Aber da wäre ich nicht in der Lage, das zu sagen. Können Sie etwas sagen zur praktischen Arbeit von Assajoli mit Patienten? Haben Sie davon etwas mitbekommen? Oder ist er etwas überliefert? Gibt es Patientenberichte? Können Sie etwas über Assajolis praktischen Arbeit mit Patienten sagen? Haben es Dinge geschrieben? In seinem Hauptwerk schreibt er ein wenig darüber, aber sehr wenig. Und als ich ihn begegnete, war er fast taub. Und ich musste dann schreiben. Das ist natürlich eine Tragödie für einen Menschen, der zuhören muss. Und so hat er Menschen gebeten, niederzuschreiben. Man kann einige Techniken in den Büchern und auch in den Büchern seiner Schüler finden. Als er hören konnte, hat er sehr viel mit Bildern gearbeitet. Es war wichtig für ihn, mit dem Willen zu arbeiten. In der für ihn war wichtig auch die Fähigkeit, autonom zu sein, um Entscheidungen zu treffen. Auch die Fähigkeit, etwas Distanz zu den eigenen Dramen zu bekommen. Aber immer wichtig war der Blick des menschlichen Wesens. Das ist ein Haus, das er als Haus betrachtete, wo wir im Erdgeschoss wohnen. Aber wir können auch in den Keller gehen. Und können dann die Käfer und die Ratten finden. Und alle Dinge, die wir nicht sehen wollen. Und wir können auch in den oberen Etagen gehen. Und zu der Dachterrasse und die Sterne betrachten. Es gibt sehr viele technische Möglichkeiten innerhalb der Psychosynthese. Und meine Kollegen und ich machen wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sitzungen. Obwohl der Geist wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Aber es gibt nicht eine einzige oder zwei Techniken. Gibt es Schilderungen von Patienten, wie Sie ihn erlebt haben? Ja, es gibt etwas, was noch nicht herausgegeben worden ist. Aber der Biograf, als er feststellte, dass Assajoli gestorben war, er sagte, was werde ich jetzt machen? Also ging er und führte Interviews mit seinen Schülern, die in gewisser Maßen auch seine Klienten waren. Und eines Tages werden diese Interviews auch herausgegeben. Aber es gibt sehr wenig in puncto Fallstudien. Das ist ein Schwachpunkt für die Psychosynthese. Viele versuchen daran zu arbeiten. Und es hat mit der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen zu tun. Für jeden Individuum müssen wir fast eine neue Therapie entwickeln. Weil es keine Studien gibt, die über diesen Menschen sprechen. Und wenn der Patient durch die Tür kommt, wissen wir noch nicht, wem wir begegnen. Obwohl wir einige Grundwerkzeuge haben. Vielen Dank. Das ist gut. Mhm. 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 Das ist so gut imiver Oh... Oh, lassen Sie mich nachdenken... Dieser Journalist, über den ich sprach, stellte ihm diese Frage. Aber es ging mehr um die Psychosynthese als um sich selbst. Asadjoli antwortete, dass die größte Schwäche der Psychosynthese sei, dass es zu viel inkludierte. Also es war schwierig, es zu definieren. Aber wenn Sie mich fragen, was seine persönliche Schwäche war, es ist schwieriger zu wissen. Vielleicht war es eine Sache, die auch gut war. Er ließ jeden einzelnen Menschen wissen oder fühlen, dass er einzigartig war. Dass sie für ihn der wichtigste Mensch auf der Erde war. Und viele sagten dann, ich wurde von Asadjoli unterrichtet. Weil er mich wirklich mochte. Und Asadjoli wusste, dass das passieren würde. Und er sagte zu mir, nach mir die Sinnflut. Weil er wusste, dass alle seine Schüler dachten, sie seien seine Favoriten. Vielleicht nicht so explizit. Vielleicht nicht so explizit. Aber es ist, wie ein Psychoanalytiker, ein Freund von mir, sagte, Sie sind wie die Brüder, die über den Leichnam des Vaters sich streiten. Denn nach seinem Tod gab es Konflikte. Und vielleicht war er ein bisschen zu viel. Er konnte das Potenzial in einem Menschen sehen. Er konnte die Seele des Menschen sehen. Und vielleicht vergaß er, dass sie inkompetent waren. So, vielleicht das. Vielleicht das. Vielleicht das. Well, thank you. Vielen Dank. 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 Und, uh, thank you, Christine und Gabriele, für mich. Und, uh, thank you, Sonja, für die Translatein. My Pleasure. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.